I don't want a hat for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the present. Underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Hey Leute. Ja, heute ist der 9. Dezember und einen schönen zweiten Advent. Und naja, heute ist ja der 9. Dezember. Und was heißt das mal wieder? Es wird ein Türchen geöffnet. Ähm, die 9 ist hier. Und es ist... Perry das Schnabeltier. H&P. Ähm, ich hab noch heute meinen Plan zusammengestellt, den ich für nächste Woche... Also, ich hab den ja mit den anderen Praktikanten schon am Freitag zusammengestellt. Und wir dürfen uns ja den Plan jetzt selber zusammengestellen. Und ähm, den hab ich jetzt am Computer geschrieben. Genau. Und ja. Ich hab diesmal auch nicht mehr viel zu erzählen. Sorry. Heute ist nicht. Ist halt wie jeden Sonntag gechillt. Ich denke mal, dann sehen wir uns morgen wieder. Und... Ja. Dann bis morgen. Tschüss. Ja. Dann bis morgen. Vielen Dank.